Moin und herzlich willkommen, schön dass ihr wieder mit dabei seid, wieder Red Red Redemption, das ganze hatte ich ja angefangen, wollte es alles im Dezember zeigen, hat nicht so ganz funktioniert, weil natürlich meine Aufnahme hat es mal wieder mega zerstört oder Aufnahmen, das sind ja mehrere gewesen. Mir hat zuletzt hier auf Bonnies Farm gewesen, ich habe mal versucht neu zu starten, was weiß versucht habe es auch gemacht, versucht so weit hin zu spielen wie ich war, war hier irgendwo bei der Bonny, da fangen wir jetzt einfach dann nochmal von Neumann an. Herr Kuh, natürlich habe ich dir das nicht erzählt. Nein, Frau, ich habe nicht gemacht. Nun, warum nicht, wenn Sie mir nicht interessieren? Ich sicher nicht interessieren, wenn Sie mir nicht interessieren, wenn Sie mir nicht erzählen. Sieht, es ist eine komplizierte und etwas pathetische Geschichte. Und indem ich dir, nicht nur ich werde ich deine Leben in gefährlich sein, sondern auch die Leben der Menschen, die ich sehr liebte. Ich entschuldige, wenn ich mich prühe. Und ich entschuldige für meine Rechte. Ich hoffe, dass Sie mir glauben, wenn ich sage, dass es einfach aus Respekt für Sie ist. Natürlich, Herr Marston. Ich verstehe, dass ein Stadtwirt, wie Sie, wie Sie, wie Sie, wie Sie, hat einige exotische Geheimnisse, so uns Landwirte sind sehr beeindruckt. Ich bin kein Stadtwirt, Frau. Ja, aber ich gesehen, dass Sie auf der Train in Blackwater sind. Sie sind mit diesen Mann in bowler hats. Ich bin noch kein Stadtwirt. Aber Sie können nicht fahren, Herr Marston. Ich liebe es Geld aus einer Frau, Frau. Oh, Sie werden nicht. Oh, nice! Ein Rennen! Gegen die Bonny. Ja, das kriegen wir noch hin, hoffentlich. Nicht ducken. Ja, super! Steig aufs Pferd. Die rittet schon davon. Y, zack! Zurück! So, die Gas geben wir noch an, oder? Ah, das sind wir schon. Okay. Okay. On the count of three! Three! Two! One! Action! Go! I trust you're not gonna be a gentleman about this! You don't know me at all, Mr. McFarlane! Wo reiten wir denn wieder lang? Wo reiten wir lang? Jawohl, der Neo jetzt mal wieder wo richtig drauf. Come on! Ich muss da den ganzen Dingern hinterher. Ja, genau. Komm, komm, komm! Hey, warum schmeißt der mich runter? Ja, genau! Und die steht schon über alle Berge, oder wie? Ja, ja. Ja, genau. Körzelt vollen Rupphäusch. Aber das war ja wohl mal an ein Satz mit ihm. Ja, der schmeißt wenigstens mal runter! Was ist denn das für ein bockiger Goal? Ja, aber lässig aufgestiegen! Und da wollen wir drüber! Oh, dann auf! Ja, dann läuft der hier wieder nicht hoch! Hey, mal gar nicht! Ja, und jetzt den Boni auch für die Yamaha, wenn der Kaul mal was hergeben wird! Oh, oh, oh! Da oben weg! Oh, da oben, da oben, da oben! Oh, jawohl! Wo ist sie denn? Ja, die sind immer alle Berge! Genau! 3... 2... 1... Go! Okay, ohne Action! Okay... Stand haben wir verpatzt! Komm! Komm! Schwer, du bist da! Komm! Du bist der Weg in der Region! Wie ist sie zu sparen? Oh, 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 oh! Komm! Du bist der Weg hier! Komm! Du bist der Weg hier! Na, was, du bist der Weg zu sparen? Ich muss dich stören! Oh, 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 oh! Ja, ich weiss, dass der schneller läuft. Oh, wo warst du das? Das hat ihn überholt. Ich bin versäckter. Ja, ja, zack, genau. Ich höre, wie du mich abbringen kannst. Okay, was machen wir noch? Oh mein Gott, ist er? Oh, 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 was ist das? Kurv, shit. Geh, läuft. Oh, gehen wir lang, gehen wir lang. Oh, noch ein bisschen Kurv. Oh, da hat er noch. Da noch. Oh, was jetzt, was ich schätze? Es muss ganz so lang. So rum. Oh, 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 oh. Ja, im Moment, scheinen kurz zu laufen. Ich habe direkt den Torbierer noch noch Zeit. Warum denn ich den Weg? Hier! Okay. Ich hab noch ein wenig gesporen, ha? Ja, läuft einigermaßen. Ja, irgendwie komische Viecher, oder? Oh, was ist lang nach vorne? Relativ da, jetzt sind wir wieder zurück. Okay, dann hinten noch. Oh, jetzt. Fertig, oder? Nein, da vorne. Nice, gut gemacht. Okay, was ist jetzt schon auf Bonny's Farm? Boah, wie lässig er da steht. So, was haben wir jetzt da? Also, man kann jetzt hier die Karte aufmachen. Und dann habe ich hier zwei dieser komischen Punkte, genau. Sollen wir jetzt gleich zu ihm gehen, oder sollen wir mit ihr noch... Ach komm, wir machen mit ihr noch schön einen. So. Einen machen wir noch. Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Mr. McFarlane, how are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I can do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Ich habe immer gesagt, in Englisch Gesellschaft ist die Company. Also man sucht nach Company. Also nicht Firma, aber egal. Vielleicht ist mein Englisch doch nicht das Beste. So, steck doch auf. Bin ich unterwegs. Hast du deine Leben seit dem letzten Mal gesprochen? Nein, ich habe nicht. Ich habe nicht. Well, das ist ein Relief. Vielleicht gibt es Hoffnung für dich wieder. Ich würde es nicht beten. Oh, es gibt immer Hoffnung, Mr. Marston. Du kannst nicht sein, in diesem Land zu sein, wenn du das nicht glaubst. Eine Admirabelung, Frau. Ich glaube, so. Ich kann nicht mehr so sagen, dass ich nicht mehr so sagen muss. Was für dich? Hast du immer Hoffnung mit Hoffnung zusammengefasst? Hoffnung hat wirklich nicht in die Hoffnung. Das ist nicht wirklich etwas, was ich denke. Was für dich? Was für dich? Ich kann nicht wirklich sagen, dass ich dich verstehe. Ich kann nicht immer sagen, dass ich das auch mache. Oh, nicht so lediglich enigmatisch. Ich bin nicht, Miss. Ja, du bist. Du bist lediglich entschuldig, als ein Substitut für eine Persönlichkeit. Ich weiß nur, dass es zwei Theorien zu diskutieren, mit Frauen. Und keine Ahnung funktioniert. Ich werde sogar nicht so sagen, dass ich das Gericht mit der Antwort. Ich bin nicht mehr so. Ich bin 27 Jahre alt und ich bin einfach nicht gefordert Henneken. Ich habe sie sehen, ich bin nicht lange, noch gar nicht. Ich bin ein Kind. Ich glaube, sie war französisch. Sie sagte, sie war französisch, aber sie sprach russisch. Das war, als ich war. Das war, wenn Paul dachte ich mich eine Dame. Wachst du bist. Mani. Okay. Okay. Bis jetzt läuft er ganz gut. Oh ja, wir sind da. Schön. Wo müssen wir hin? Da links, oder was? Jawohl! So this is Armadillo. Manhattan, it is not. But it does okay for us. The most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one is on me. Thank you, Miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life. So be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Okay. Hello, sir. To the doctor, Solomon. We'll do that too quickly. Let's see what he has to say. Okay. Let's go back to Bonnie. Jawohl. Bis jetzt läuft sie wieder ganz gut. So, hier ist der General Star und die Bonnie. It was nice to be able to enjoy the view for once. And the little company never hurts now and again. You're more than welcome, Miss. At least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take the stagecoats back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, Miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Okay. Dann hätten wir jetzt hier mal was. Zwei Missionen wieder mit Bonnie gespielt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Nächste Folge wird nächsten Freitag definitiv erscheinen. Kann ich euch jetzt schon versprechen. Und zwar wieder selbe Uhrzeit. 20 Uhr.